Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Funny Moments Video. Auf meinem Kanal. Mit dabei ist heute Patrick. Hallo YouTube, schön wieder dabei zu sein. Ja, ich und Motion hatten gedacht, da die letzten beiden Funny Moments von uns gut angekommen sind. Warum nicht noch ein drittes, ne? Alle gute Dinge sind drei. Und deshalb jetzt wieder Random Games und ja, Random Moments. Viel Spaß damit. Jetzt ist es doch easy. Ja. Okay, geh du ins Haus, geh du ins Haus. Warte kurz. Willkommen beim Synchronspringen. Nein. Ach komm, ach meine fette Karre klauen. Taxi Service. Bleib mal so, bleib mal so. Mal was ausprobieren. Bist bereit? Ja. Das ist ein reiner Flammenball. Wir haben Platten. Ich kann nicht weiterfahren. Ja, jetzt würde ich aufsteigen. Sag ich ja. Doch. Köpper. Den Drehen. Das hat, das hat super funktioniert. A small fork mit Verträgen. Sag mal so lustig, die Zwifferin alter Porsche, Mercedes. Ich benenn mein Kind demnächst Fiat. Komm her, Fiat. Fiat. Los, ich bring dich zum Kindergarten, mein kleiner Volkswagen. Fiat. Oder auch, auch berühmt ist ja so, äh, die Kinder nach Städten zu benennen. So weißt du, London, Paris und so, ne? Hm. Dann sagst du so, bring dich zum Kindergarten, mein kleiner Bergisch Gladbach. Toll. Richtig verkackt. Wie bei mir. Alter. Voll das Kreuz gebrochen. Nochmal. Gibt's hinterher? Du hast mich nicht gesehen. Oh. Rauf, komm. Warte. Komm, wir machen's episch. Filter an. Und go. Oh, da kommt noch einer. I do this shit. I do this shit. Und hier hab ich das heute ganz schön drauf. Und hier hab ich das heute ganz schön drauf. War Mögen? Im Ernst jetzt? Ah, so gefällt mir das Leben. Ja, schön am Pool. Mit Frey, äh, mit Michael und seiner Familie. Genau mit Frey. Du bist'n Held, Alter. Nicht mal das kriegst du geschissen. Ah, man. So gefällt mir GTA für'm schönem Story-Mode. Ja, wenn man online nix reißen kann. Bye, have a great time. Bye, have a great time. Bye, have a great time. Bye, go, have a great time. A richtig, ha 꼭.